Es gibt die Trau... ...eine Bass... ...ein Schlagzeug... ...und einen Piepsgesang. Gleich, wenn Can die Kamikaze-Biebe den Beat vorgibt, möchte ich, dass ihr eure Hände zu einem letzten Stoßgebiet zusammenfaltet und darüber nachdenkt, was ihr vor drei Tagen zum Mittag gegessen habt. Wenn ihr noch kein Bier habt, macht eins klar. Denn sonst werdet ihr diesen Bums nicht ertragen. 90 Minuten Untuk. 90 Minuten nackte, tanzende Mäuse unterm Schreibtisch. Ich glaube, wir beruhigen uns jetzt erst mal wieder. Packt eure Schmürsenkel zu, denn nichts könnte schlimmer sein, als einen offenen Schmürsenkel auf dem Boden zu sehen. Bent, da hinten, seid ihr bereit? Ob ihr bereit seid, habe ich gefragt. Publikum, seid ihr bereit? Kommt zuvor, lasst euch gesagt sein, dieses Intro ist nicht gut. Aber schön! Viel Spaß! Auf Wiedersehen! 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 Das war's. 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 Oh mein Gott, das ist schön!